Meine Mandantinnen haben sich vom Prozess natürlich sehr viel mehr versprochen, als realistischerweise dieser Prozess leisten konnte oder wollte, nämlich Hintergründe über weitere Mittäter, über das Netzwerk, auf dem der NSU sich bewegte. Es gibt Zeugen, die dürfen in dem Gerichtssaal lügen, Geschichten erfinden. Sie müssen sich nicht erinnern, das sind meistens Neonazis oder ehemalige Verfassungsschutzmitarbeiter, die dürfen das alles. Das heißt, das Gericht gibt diesen Personen sehr viel Raum. Sobald aber die Betroffenen die Rassismus-Erfahrung haben und betroffen waren durch den NSU sprechen, über den direkten Fall hinaus, dann werden diese sofort gestoppt. Also wie der Blick auf den NSU-Komplex oder wie der NSU-Komplex oder dieser ganze Prozess, die türkische Community, wenn ich jetzt über die türkische Community reden darf, beeinflusst hat, ist eine Generationsfrage. Weil wir als jüngere Generation haben von Grund auf ein Misstrauen den Behörden gegenüber. Weil wir den Rassismus, den es in diesen Behörden gibt, auch verstanden haben. Weil die ganze Zeit wurden sie permanent zu Tätern gemacht, sie wurden verdächtigt, die Ermittlungen liefen immer nur einseitig, die Familien wurden selbst beschuldigt. Das Sprechen in dem NSU-Prozess selbst ist für die Betroffenen da ganz wichtig. Ich war beim Prozess, ich habe gesehen, wie mit den Zeugen und mit den Betroffenen umgegangen wurde. Von den Behörden, genau von diesem System, das jetzt rechtsprechen soll, wurden sie ja vorher gequält. Und sie bauen wieder so ein Vertrauen auf, ja okay, wir gehen jetzt da hin und sagen aus. Und sie haben Angst und dann kommen sie da hin und werden so befragt. Und der Staatsanwalt, wie er Sachen so niederschmettert, ja, die Rechtsanwälte von Beate Zschäpe, die lachen, wenn Betroffene aussagen. Es geht gar nicht um die Opfer bei dem Ding. Wir haben im NSU-Komplex neben den fünf angeklagten Personen neun weitere Beschuldigte, die bis heute nicht angeklagt worden sind. Und eine Vielzahl verdächtiger Personen, von bis zu 200 Personen ist die Rede, die offenbar überhaupt keine Strafverfolgung zu befürchten haben. Das sind natürlich Dinge, die, also das Vertrauen zumindest meiner Mandantinnen in die staatlichen Institutionen nicht gerade fördern. Der Schutz der V-Personen ist wichtiger als der Opferschutz. Und da nimmt man eben einiges hin. Der Prozess wird bald beendet sein. Das große Buch wird zugeschlagen. Wir wissen aber, dass die Betroffenen und ihre Perspektiven darin nicht genügend Raum hatten. Dass das, was sie anklagen, der Alltagsrassismus, der institutionelle Rassismus in der Behandlung durch Polizeibeamte, durch Medien, dort nicht verhandelt worden ist. Diese verschiedenen Akteursgruppen, wie die miteinander diesen NSU-Komplex zum Wirken gebracht haben. Deswegen brauchen wir einen anderen Ort, einen anderen Raum, um genau das anzuklagen. Da gibt es zum Beispiel diesen Satz aus der operativen Fallanalyse des LKA Baden-Württemberg. Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu gelegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Der Täter also nicht deutsch sein kann. Das Ziel sind Türen unbedingt. Wie gesagt, mich haben sie 15 Mal mitgenommen. Während der Arbeitszeit, wo richtig Action war. Damals bei den Verhören, da haben die mich immer wieder gefragt, was ich denke, oftmals mit Schlägen auf den Tisch. Und da habe ich dann gesagt, das ist ein durchgeknallter Deutscher, der durch die Lande reist und Ausländer tötet. Und dann haben die mich zusammengeschissen. Die wollten das einfach damals nicht hören. Was ich denn erzähle? Diese Morde, also die rassistischen Morde, waren ja die Spitze des Eisberges. Und wir haben uns überlegt, das gesellschaftliche Fahrwasser zu beleuchten, das überhaupt diesen Morden zugrunde liegt. Wir wollen wissen, warum anderthalb Stunden nach diesem gottforderten Bombenanschlag der Rechtsradikalismus kategorisch ausgeschlossen wurde. Und wir, samt diese gesamte Straße, den Wölfen zum Fraß vorgeholfen wurden. Und ich weiß, dass auf der Kolbstraße oft gesagt wird, dass es irgendwie doch in dieser schwierigen Zeit ein Geschenk ist, dass das Schauspiel Köln und also auch die Lücke nur 200 Meter von dem Tatort entfernt ist, also von der Kolbstraße selber. Was für ein Austausch das plötzlich ist und wie die Leute da reinkommen, zu diskutieren. Und ich glaube, dass wir ohne die Lücke und dieses Theater nicht zustande gekommen sind. Fast 10.000 Menschen haben dieses Stück gesehen. Und dann siehst du diese blutigen Menschen. Ich bin die Straße hochgegangen, aber mit deinem Herzen. Es pocht. Und immer im Hintergedanken hätte ich meinen Sohn rausgeschickt, zum Brot holen. Was wäre da passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Du guckst. Was ist hier passiert? Und zum Moment in München ist doch diese Gerichtsverhandlung. Wart ihr da? Ich bin nicht. Ihr nicht. Nein. Da fahre ich nicht hin. Da kommt keine Gerechtigkeit raus. Deswegen fahre ich da hin. Eifert, die ja direkte Zeugin war, die hat nicht mal mit ihren Eltern darüber geredet. Und wenn ich sie jetzt sehe, eine Person, die nicht reden wollte, geht auf die Bühne und redet so frei und emotional. Und ja, sie hält uns allen, auch uns, die wir da stehen, den Spiegel vor das Gesicht. Dann denke ich, das kann nur Kunst und Kultur. Ich sehe sehr viele unterschiedliche Strategien, damit umzugehen, mit dem, was passiert ist, was man erlebt hat. Und einige versuchen sich jetzt selbst, sich das Thema zu ermächtigen und selbst ihre, jetzt endlich zu sagen, so, jetzt reicht es uns. Wir sagen jetzt selber unsere Meinung und wir bauen auch unsere eigene Infrastruktur, um unsere Stimme wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen. Mit der Benennung der Hallenstraße stellen wir uns explizit hinter die Familie Josgat, die seit Jahren für eine Umbenennung der Kasseler-Holländischen Straße in Hallenstraße kämpft. An dem Tag des Aufliegens des NSOs wollten wir nicht, dass wieder die Namen des Trios medial in der Aufmerksamkeit sind, sondern dass es die Namen der Betroffenen und der Opfer sind. Es gibt inzwischen viele Initiativen, die in den Städten entstanden sind und es gibt einen Schulterschluss mit den Betroffenen. Und genau das ist etwas, was wir gemeinsam auch kanalisieren wollen, nämlich eine Anklage der rassistischen Verhältnisse in diesem Land. Wir haben uns dann gegründet mit der Idee, den Menschen, den Betroffenen, menschlich bei uns zu stehen, ihnen zuzuhören. Und vor allem haben wir uns auf diesen Tag X fokussiert. Was soll hier vernichtet werden? Sechs Akten sollen vernichtet werden. Der Tag X war für uns, wenn die Menschen der Kolbstraße zur Aussage geladen werden, werden wir sie begleiten, weil wir wissen, was für ein Misstrauen und was für eine Angst diese Menschen haben. Es kamen Aktivisten aus ganz Deutschland mit Bussen hier angereist. Und das war so ein Moment, der hat einfach die Menschen zusammengebracht. Ganz viele unterschiedlichste Leute, Aktivisten, Künstler, Kulturschaffende, Literaten, die waren echt alle hier und jeder hat versucht, was beizutragen. Wenn du jetzt irgendeinen fragen würdest, kennst du Beate Zschäpe, würden sie sagen, ja, kennen wir. Kennst du irgendeinen der Opfer, würde die Opfer keiner kennen. In den 90er Jahren brannten schon Wohnungen und Wohnheime für Flüchtlinge in diesem Land. Heuerswerda, Rostock, Solingen. Das NSU-Trio hat sich damals in der Zeit formiert und vor allen Dingen politisch radikalisiert. Heute haben wir eine sehr besorgniserregende Situation mit Pegida, AfD. Es brennen wieder Flüchtlingsheime. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur das NSU-Trio in den Blick nehmen, sondern dieses gesamte gesellschaftliche Klima. Und wenn jetzt in diesem Prozess wieder, wie auch schon beim Oktoberfest von dieser Einzel-Täter-Theorie ausgegangen wird und wirklich nicht aufgedeckt wird, dann sehe ich die Gefahr, dass das wieder eine Aufmunterung oder eine Ermutigung für Nazis sein kann. Ja, uns passiert doch nichts. Wir können machen, was wir wollen. Wir kommen damit durch. Es ist passiert, wir haben gelitten, wir müssen in die Zukunft schauen, wir müssen dafür kämpfen, dass noch mehr ans Tageslicht kommt. Solange es nicht ganz klar aufgedeckt ist, wer die Hintermänner sind, welche Vernetzung da ist, kann keiner garantieren, dass es nicht nochmal passiert. Untertitelung des ZDF. Vielen Dank.